Ja hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von 163 Grad. Ich stehe hier am Supercharger in Prag. Viele Hamburger kennen den bei der Prager Mühlebäckerei. Ich bin auf dem Weg zu Owe von dem Kanal T&T Tesla. Den kennt ihr und wir werden uns heute mein neues Tesla Model S angucken. Da hinten steht es Blue und werden mal schauen was ich da gekauft habe. Viel Spaß beim Zuschauen. So jetzt bin ich hier bei Owe in seiner tollen Werkstatt und tollen Ausstellungshalle. Zeige ich euch nachher nochmal und wir schauen uns gemeinsam an was ich da in Holland gekauft habe. Gerade geht das Auto auf die Bühne, so dass wir unten drunter gucken können. Und dann schauen wir uns mal an, was bei dem Auto so eine Sache ist. So ich habe jetzt die Gelegenheit und ihr auch dem Meister sozusagen bei der Arbeit zuzuschauen. Das ist Owe. Mehr Sachverstand in Sachen gebrauchte Tesla findet ihr nirgendwo. Und Owe bietet ja, wie ihr wisst, auch eine Kaufberatung an. Ihr könnt ihn buchen, um ein intaktes Model S zu kaufen und da keine Überraschungen zu erleben. Das lohnt sich ganz sicher. Wir gehen jetzt hier den Wagen einmal komplett durch. Ich filme jetzt hier nicht jedes Detail, sondern ich denke mal, wir filmen hinterher, wenn wir einmal rum sind und das Fahrzeug einmal soweit inspiziert haben und eine kleine Liste fertig gemacht haben für die Dinge, die bei Tesla noch in der Nachbearbeitung zu machen wären. Ein paar Sachen haben wir so schon offensichtlich gefunden. Die Reifen sind klar. Ein paar Lacknickeligkeiten hat das Auto. Da kann man auch darüber diskutieren. Wichtig sind mir, dass der Wagen keine gravierenden technischen Mängel hat. Die hat er auch nicht, denn der Wagen hat TÜV gekriegt. Das sollte also kein Problem sein. So ist es gut. 120. 120 ist gut, ja. Jetzt haben wir die neuralgischen Ecken, nicht? Türen, Rotflügel, Kanten, wenn man gerne mal seine Rippler hat. Eine Nachleitierung haben wir schon gesehen. Beifahrertür. Also gleich mal gucken. Rotflügel vorne rechts auch. Ja, der gehört dann zur Tür, ne? Ja. Ja. Also Kotflügel, also die Beifahrertür wurde mal lackiert. Ja. Und der vordere linke Kotflügel. Hier muss ich kurz einhaken, denn die Lackschicht ist am Tesla grundsätzlich sehr, sehr unterschiedlich. Der Wagen hat keinen Spachtel und er hat auch keinen Unfall. Wenn das also eine Nachlackierung ist, dann ist sie wahrscheinlich schon in der Fabrik in Tilburg passiert, bevor das Fahrzeug als Neufahrzeug übergeben worden ist. Die Lackierkabinen habe ich auf meiner Besichtigungstour in Tilburg gesehen. Ja, so sieht ein Tesla von unten aus. Alles geschlossen. Das große Teil hier ist der Akku. Und hier kann man sehen, da mein Auto keine Luftfederung hat, hat es an den einzelnen Stellen schon so ein paar Aufsatzspuren, wo es mal aufgesetzt hat. Einmal ist mir das auch schon passiert. Man kann ja mal als Luftfederung den Wagen nicht in der Höhe verstellen und er liegt ab Werk relativ tief. Insofern muss man aufpassen, wenn man da zu viel drin sitzt, kann das schon mal passieren. Genauso hier, hier an dem Querlenker könnt ihr es auch sehen. Auch da sind Spuren, wo das Fahrzeug mal irgendwo dran langgeschraubt hat. Wahrscheinlich beim Runterfahren vom Kahnstein würde ich mal sagen. Da muss man aufpassen, wenn man keine Luftfederung hat, kann es das Auto ja nicht hochpocken. Mit der Luftfederung kann man die Fahrhöhe verstellen und hat dann natürlich Möglichkeiten, über so einen Hubbel rüberzukommen. Ja, von unten, wie gesagt, nicht viel zu sehen durch die riesengroße Batterie, Gelenke und so weiter. Das guckt sich Uwe gleich nochmal an. Und hier vorne, für alle, die mal gucken wollen, ob es dann wirklich ein 85er ist, ist hier an der Ecke ein Etikett. Ich hoffe, die Kamera fängt das ein. Und dort können wir lesen, welche Akkugröße. Da steht 85 kWh, also tatsächlich ein 85 kWh Akku. Und Uwe hat sich das angeguckt und anhand dieser farblichen Markierungen, die hier drunter sind, zum Beispiel hier, wird es noch der erste Akku sein. Das ist okay. Das ist für die Laufleistung alles im grünen Bereich. Alles okay. Das war ein bisschen Sonne von gestern drin, vom St. Peter-Orde. Ja, die Vorderachsen halten erstaunlich lange. Die Achsauffhängung allgemein. Ich bin da sehr überrascht. Aber gut, das Auto ist ja auch nicht alt und hat ja auch nicht so viel gelaufen. Aber es wiegt was, nicht? Da liegt der Verdacht immer nahe, dass diese ganzen Aufhängungsteile richtig was auszuhalten haben. Ja. Bei dieser Laufleistung auch eindeutig zu sehen. Der Bremsenverschleiß geht fast, möchte ich so sagen, gen 0. 100, was war das? 102.000. 102.000 gelaufen. Wir haben hier immer noch locker 80% Bremse. Und der von meiner Frau, 307 gelaufen, die hat auch immer noch 60%, 65% Bremsbelag drauf. Die erste Bremsanlage. Bremse spielt beim Tesla verschleißmäßig keine Rolle. Das ist wirklich was, was man einfach glauben muss. Man sagt ja immer, ich habe ein 2 Tonnen Auto und ich muss auch bremsen und fährst dann mit 200. Natürlich fährst du 200. Aber wenn du abbremst, dann rekuperierst du und erzeugt Strom. Wir lesen gleich mal den Akku aus, dann können wir mal sehen, wie der Vorbesitzer hier mit dem Auto umgegangen ist, wie viel er rekuperiert hat. Da gibt es erstaunliche Werte, habe ich schon gesehen. Und das macht eine Menge aus. Die Belastung und der Verschleiß auf der Bremsanlage beim Tesla ist extrem gering. Das ist ganz wichtig für alle, die immer wieder sagen, kann gar nicht angehen. Wie viele Bremsen hast du denn gefahren bei 300.000 und wie viel? Gar nichts, gar keine. Aber Reifenverschleiß, wenn wir das hier sehen, den haben wir. Aber der Reifen ist drei Jahre alt, hat 102 gelaufen. Das ist in Ordnung. Und der ist noch nicht mal innen abgelaufen. Das hier ist fast schon okay. Ein bisschen ist er innen abgelaufen. Er hat auch einen Sägezahn, kann man zu fühlen. Hier ist er auch innen abgelaufen. Aber nach der Laufleistung absolut okay. Wenn ihr wisst, großer Schiebedach-Fan, der ich bin, habe ich eben ein komisches Geräusch gehört, als wir das Schiebedach aufgemacht haben. Das habe ich noch nie gehört. Beim Zumachen habe ich es nicht. Wir haben hier in den A-Säulen, wo es rattert auch, es rattert auch. Wir haben hier in den A-Säulen rechts und links ziemlich weit unten zwei Motoren. Und hier gehen tatsächlich wie früher die Verbindungen zum Schiebedach hoch. Konntet ihr das hören? Komisch. Aber kam es von hier oben oder kam es von den Motoren? Das klang fast hier oben. Ja, fand ich auch. Es kam mehr von hier oben. Musst man beobachten. Definitiv. Schiebedach ist scheiß Arbeit, wenn man das macht. Schauen wir mal. So, unterwegs auf der Autobahn mit Uwe. Ja, was aufgefallen ist als erstes, ist, du hast erhöhte Windgeräusche. Erhöhte sage ich deswegen, weil wir alle Windgeräusche haben im Tesla. Dadurch, dass eben keine anderen Geräusche da sind, wie Auspuff, Motoren, Drehzahlen, sowas, hast du Windgeräusche. Und ich habe das Gefühl, das kommt von hier hinten. Ich habe das Gefühl, das kommt von der hinteren Tür, von dem Fenster, Fensterdichtung irgendwo. Ich denke mal, so in die Richtung wird das gehen. Aber der Autopilot funktioniert natürlich als AP1 wieder super, sensationell. Ja. Das ist, finde ich, eine schöne Sache. Obwohl ich den, ehrlich gesagt, etwas selten benutze. Ich finde, der fährt sehr binär. Also, wenn du jetzt die Spur wechselst, dann wird er langsamer kurz. Ja. Hast du das auch? Ja, das ist aber dann deswegen, weil du die Spur zu spät wechselst. Ah, ich muss die früher wechseln? Du kannst ja hier deinen Abstand einstellen. Den habe ich auf der Autobahn auf 1. Weil wir ja eigentlich gewohnt sind, dass du jetzt, wenn du jetzt mal auf den LKW gehst, dass du jetzt rüber gehst. Und das ist für den Autopiloten zu spät. Ja. Er möchte gerne vorher rüber gehen. Deswegen bremst er noch einmal ab. Und wenn du den Radar noch einmal tatsächlich in den LKW reinschickst und der sagt, nee, 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 ich bremse lieber nochmal, bevor hier was passiert. Guck mal, jetzt mache ich den Autopiloten an. Und jetzt habe ich die Entfernung auf 1 gestellt. Und jetzt gehe ich rüber. Ja, das war schon wieder zu nah. Ich weiß, was du meinst. Ich habe das manchmal auch, dass er noch einmal abbremst. Ja, beim Spurwechsel, du blinkst, er geht, und ich sage mal, dann, wenn er so halb auf der Spur ist, denkt er an zu bremsen. Der hinter dir wundert sich, warum du jetzt nicht fährst. Jetzt höre ich das, was du sagst. Ja, das war, 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 war. Ja, das ist nicht dein Reifen. Also, die Reifen vorne, haben wir ja gesehen im Video, sind sehr, sehr schlecht. Machen Geräusche, aber wenn wir jetzt... Ja. Das ist dein Motor vorne. Ja. So mal 120, wenn du runter gehst. Ja, das ist ja so ein leichtes... Ja, genau. So ein drehzahlbedingtes Geräusch, weil der Motor dann in die Rekuperation geht, um Strom zu erzeugen, ist es wahrscheinlich so, dass dann der Lagerschaden deines Frontmotors lauter reagiert, als wenn du jetzt Gas gibst, in die andere Richtung kommst. Also, der dreht immer in die gleiche Richtung, das ist klar. Ja, ja, klar. Aber beim Rekuperieren muss er halt Strom erzeugen. So, wenn wir mal kurz deine Scheiben kalibrieren, dazu machen wir jede einzelne Scheibe auf, bis nach unten, machen sie wieder zu und halten den Schalter gedrückt. Okay, das kann die noch nicht. Eins, zwei, drei, vier. Keine andere Scheibe. Gibt aber keinen Quittungston dafür oder so. Nein. Das gibt es nicht. Das machen wir jetzt mit allen. Ja, die Reifen machen echt Geräusche. Und das ist so schön, was wirst du dich wundern, wenn du neue Reifen hast, wie leise das Auto ist. Ja, ich kenne die ja leiser, also insofern hat mich das auch gewundert. Ja. Aber das ist eben bei Tesla in Tilburg so, du nimmst das Ding dann so mit und musst allem anderen dann hinterher rennen. Das ist dann das Problem in Holland. Ja. Hast du das dann bei der Übergabe schon bemängelt? Bei den Reifen? Ja. Ja, aber du unterschreibst im Prinzip einen Zettel, dass alles okay ist. Ja. Zu den Reifen muss man noch eines klarstellen. Ich habe das Auto in Holland gekauft und damit erfolgt der Kauf nach holländischen Regeln. Die Holländer haben eine Art TÜV, so ähnlich wie wir in Deutschland, der nennt sich APK. Dieser APK hätte die Reifen in dem Zustand aber nicht bemängelt. Und damit ist für die Holländer alles in Ordnung, auch wenn sie in Deutschland beim TÜV bemängelt werden. So, nach der Fahrt mit Owe ergab sich dann folgende Checkliste, die zu machen ist. Als erstes die Punkte, die bei Tesla im Service Center abgearbeitet werden müssen. Dort muss die vordere Drive Unit geprüft werden. Die ist zu laut. Dafür habe ich mittlerweile einen Termin übrigens. Dann die Seitenscheibe hinten rechts muss eingestellt werden. Das Schiebedach muss justiert werden und die Chromleiste in der Heckklappe, wo der Rückfahrscheinwerfer und die Nebelschlussleuchte drin sitzen, die muss getauscht werden. Die hat einen leichten Wassereinbruch. Ja, und am Ende muss das Auto noch auf den Country Code D für Deutschland umgestellt werden, weil verschiedene Anzeigen in dem Auto noch auf holländisch stehen. Zum Beispiel, wenn man im Internet irgendetwas sucht, dann ergibt er einem immer die holländischen Suchergebnisse. Jetzt hinten bei Spotify läuft die holländische Playlist und ganz wichtig, das DRB Radio geht nicht, weil es das wohl in Holland nicht gibt. Ja, Reifen haben wir schon drüber gesprochen. Vier neue Reifen sind bestellt, kommen demnächst. Zur Lackdichte habt ihr auch gesehen, dass wir unterschiedliche Lackdichten festgestellt haben. Einen Türen, einen Kotflügel haben, eine erhöhte Lackdichte. Das habe ich schon bei anderen Teslas gesehen. Ist wie gesagt wahrscheinlich in der Fabrik schon gleich so nachlackiert. Ja, und dann hat das Auto diverse kleine Schrammen und Nickeligkeiten im Lack an verschiedenen Karosserie-Teilen. Ich würde sagen, das sind ehrliche Gebrauchsspuren, die sich das Auto im Laufe seiner Laufleistung verdient hat. Man kann nochmal eine Lackaufbereitung machen später, aber erst geht es mir darum, die anderen technischen Mängel abzuarbeiten. So, dann wollen wir uns mal deinen Akku angucken. Du hast einen 85er Akku. Unser State of Charge ist im Moment 44,1%. Korrekt. Du hast noch 31,9%, die du nutzen kannst. Das heißt, dein Usable Full Pack sind 72,4. Okay. Der Rest ist Brick oder Dekadation. Das ist also zu wenig. Ja, aber du isst es. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Das Auto hat geladen am DC, also Supercharger, nur 6.507 Kilowattstunden und am AC, also an den Ladestationen zu Hause und dergleichen, 12.906 Kilowattstunden. Das ist 6.000 zu 12.000, also weniger als die Hälfte. Ein Drittel, zwei Drittel. Exakt. Das heißt, das Auto ist immer schonender geladen worden als nur am Supercharger. Das Auto hat 7.015 Kilowattstunden schon rekuperiert. Das spricht für eine normale Fahrweise. Das ist keine sparsame Fahrweise. Da geht nämlich noch mehr. So. Nee, Entschuldigung, Region Total ist 8.944. Das wurde rekuperiert. Das ist nicht so schlimm. Wenn du überlegst, dass du 6.077 Kilowattstunden AC gechargt hast, und, Moment, jetzt komme ich gerade durcheinander. 6.000 war DC, ne? Genau. Supercharger. Genau. Und AC war... 12.000. Ja. DC-Charge Total 6.500, AC-Charge Total 12.900. Und regeneriert total 8.944. Das ist dann schon okay. Kann man mal sehen, wie viel Strom das Auto selbst erzeugt. Das ist unglaublich, oder? Wie man sich wiederholt, ne? Bevor man das in Bremsenergie verhaut. Ja, in Hitze. Rodometer 105.738. So, und jetzt kommt der in den balancierten Akkus. Ich gehe jetzt nicht in jedes einzelne Pack. Oh, auch sehr schön. 0,005-006 Volt ist die Differenz zwischen deinen Zellen, die maximale Differenz. Eigentlich wie bei allen ist keine Überraschung für mich. Ja. Ist alles gut. Ausbalanciert. Ja, das war es dazu. Also gesunder Akku, wie bei allen Teslas. So, das sind wir beide scharf. Wir sind definitiv beide scharf. Ja, scharfe Typen, ne? Richtig. Mit scharfen Autos. Genau. Mit OK könntest du ja auch fast hier stehen bleiben. Ja, Uwe Kröger, Oliver Krüger. Wo ist der Unterschied? Oh. Ja, das meinte ich nicht. Wir sind erkennbar. Ja, wir sind erkennbar, ja. Ja, Uwe, dein kurzes Statement zu dem Auto zusammengefasst. Guter Kauf. Ja, doch, doch. Also ich bin, habe ich ja mehrfach gesagt, großer Fan, 85D-Fan. Du hast hier einen super geringen Verbrauch für die großen Akku. Ja. Das ist eine tolle Reichweite. Der 90D kommt auch nicht viel weiter. Ja. Ein bisschen vielleicht. Die Ausstattung ist eigentlich genau das, was man braucht, was man haben will. Der Zustand ist okay. Mhm. Ist jetzt nicht die Oberperle, aber man kann noch ein bisschen rausholen. Ja. Ähm, denke auch, wenn man den mal richtig professionell aufbereiten lässt oder vielleicht auch Nano versiegeln lässt, dann hast du noch mal einen ganz anderen Glanz und die Kratzer sind weg. Ähm, die Mängel haben wir besprochen. Da ist ja einiges da. Gehen wir an. Leiste, genau. Ich denke mal, dass das im Zuge deiner Tesla-Vollgarantie auch voll mit abgewickelt wird. Ähm, mit der Drive-Unit, da kann es natürlich sein, dass die sagen, hm, das ist uns noch nicht laut genug. Mhm. Warten wir mal ab, kann man auch eventuell mitleben. Und in diese Richtung wird es dann irgendwann gehen. Dass du, ich denke, über kurz oder lang, so zufrieden, wie du jetzt schon bist, auch bleiben wirst. Ja, bin ich auch. Ne? Also, absolut gut. Im Kern ist das, äh, und darauf kommt es ja an, im Kern ist das ein völlig gesundes, intaktes Auto. Ich habe über 400 Kilometer Praxisreichweite bei diesem Wetter, äh, gestern gerade zuletzt erfahren. Und, äh, alles gut. Das ist genau das, was ich brauche. Ja, und ich meine 75D, das ist ja der Facelift, habe ich eine Praxisreichweite von, eine Praxisreichweite von 350 Kilometern. Ja. Ja. Ja, reicht auch. Reicht. Bei dem dichten Ladenetz, alles gut. Ja, genau. Ja, Uwe, dann danke ich dir. Ja, alles klar. Gerne. Wir sehen uns, ich habe jetzt die Kamera wieder. Ich habe jetzt die Kamera in der Hand. Wir sehen uns auf deinem Kanal, auf meinem Kanal hat mich unheimlich gefreut. Ja, mich auch. Ich habe noch ein Abschiedsgeschenk, was ich hier begeben darf. Jetzt geht es los. Das Kartenspiel von Electrify BW kennst du, aber... Ich habe es nicht. Nee, dann hast du es jetzt. Und wenn du hinten die Pappe mal rausziehst, dann, und mal hinten drauf guckst, dann ist das die 163 Grad Edition. Das ist jetzt meins. Ja, da werde ich heute auch mal ein bisschen zocken gehen mit meinen Kollegen beim Bier. Ja. Wir haben gar kein Bier gehabt, ne? Bier haben wir nicht gehabt, aber da vorne warten schon wieder die Nächsten. Mit Tesla, ja, da warten wir schon die Nächsten. Das geht hier zu wie ein Taubenschlag mit der Tesla-Kaufberatung. Ja. Und das nicht ganz zu Unrecht. Also insofern lassen wir sie nicht länger warten. Okay, alles klar. Vielen Dank, Uwe. Gerne. Und auf bald. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.